Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder Countless Y Global Offensive zusammen mit dem Busty, Killer Busty, Peggy und Stockton. Hallo. Let's go. Dein Mod muss aber auch noch flüssiger werden. Bitte? Wisi hat noch nicht mal ausgeredet und er sagt schon Hallo. Am Schluss hakelt sie immer so. Geil. Oh mein Gott. Ja, ist klar. Läuft bei dem. Glaub's nicht ganz. Ey, Y war noch ein. Tür. Heya, kacke ey. Der eine hat mit der PS in zwei Treffungen. Wieso? Achso. Los. Weil ich einmal getroffen hab. War Zufall. Come on, come on, let's go. Na, du schmeißt dich nicht mit einer Waffe. Mit dem B. Ach, trägst du doch. Und du sie mit deiner kleinen Waffe beschmeißt. Da ist doch unten richtig Revolver. Genau, genau. Dave kommt frei. Äh, die restlichen sind A. Und äh, kommt in den Schaft. Anna ist oben. Anna ist oben. Haben. 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 In den Schaft. Also hinter dir. Ich geh gleich los. Ich geh gleich los. Da oben. Motor oben. Oben. Und ja. Jetzt hör dich rennen. Ich geh gleich los. Ich geh zurück. Ich geh zurück. Ah, er ist so eh. Alter, sie schlafen. Der wird weg. Das sah aber echt zu aus. Wenn, wenn dann richtig. Ich hab meinen ersten Stern. Noch eine Eko und dann... Ne, wir haben jetzt gewollt. So ein Ziegenmann spammt mich grad so. Ja? Mach den ganz... Ein Ziegenmann und wir machen immer Mee. Mee. Der erste macht schon an, weil der hat schon das Spiel verlassen. Was? Die sei nicht so pessimistisch. Passiv. Passiv. Ich blente mich mal wieder hoch, ne? Niiiice! Der kommt hoch, rechte Seite Mitte. Versuch mal der M4 zu besorgen. Mit der M4 kann ich besser schießen als mit der M4. Ich sehe gar keinen. Willst du die AK wieder hier bitte? Ne, ich kann mir selber kaufen. Ja, ich will jetzt aber pro 90 spielen, ey. Ich spiele pro 90. Verschließt mir Sippe, bevor er Eier legt. Ich glaube, dass die wieder Eiskalt überholt. Ja, aber mit den Kills nicht durchgeplandet. Der droppt immer Eier auf A oder B. Meistens auf A, hier auf dieser M4. Pass auf, da kommt der Bot gleich wieder hochgepusht. Ja, Pass auf, da hat einen reingetrusht. Boah, die hab ich gefressen. Mit mir am Arsch. Boah, was ist die Rüsse? Du stehst doch drauf, wenn sie fressen. Risi, du kannst dich wieder hochblenden. Bin dabei. Sack der Hand auf auf. Ach du mein, näh. Ähm. Einer geht jetzt Mitte, also Highway. Einer piekt Highway und der andere, keine Ahnung. Mitte. Beide Mitte. Äh, hat noch... 30 AP. Haben beide M4. Also Freezy, go. Go Freezy. Go Freezy. Komm. Ähm. Da hat ne M4. Ja. A1. Es. Da ne M4. Links. Und jetzt ran. 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 Dann nimm mit. Ich brauche ne AK. Ich will AK behalten. Hehehe. Er hat sich hingestirbt. Oh, vor so nem komischen russischen Namen. Die russischen AK hab ich. Und da passt die hier. Ja. Ich muss dich extra. Wir sind vielleicht letztes Mal wieder hoch. Ja, deswegen blend ich jetzt noch ne Runde. Warte, bis du stirbst. Dann hol ich mir die Bombe. Oh, da hat einer zurückgeschossen. Der hat in der Feuerwehr gewischt. Da hat einer zurückgeschossen. Da ist in der Y und in der AK. Fahrgauen. Einer noch von dem roten Container. Einer von dem roten Container. Lass ja nicht Freezy die Bombe holen. Boah, leh. Hey, brenn. Weg 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 weg. Scheiße. Du musst märzen. Drück die mich voll zur Seite. Habt ihr halt gesehen? Genau. Hast du gut gemacht, Peggy. Frauenbauer. Irgendwie will dieser Faschokard nicht mehr mitgekommen, nachdem ich ihm mit der AK-Click gegeben hab. Oh, immer noch mehr wie der Alu-Card. Ey, wer hat die geträust? Hm, weiß ich auch nicht so. Das ist nicht Alu-Card das Faschokard. Fasching-Card. Ah, zwei Meter. Zwei Meter. Ah, ist ziemlich clear, ne? Würde ich mal so behaupten. Wir haben halt ein bisschen Highway aufgebaut. Oha. Ein aus unten, K. Ja. Genau. Da, da wird doch wirklich gesackt. K hat ne Scout-Card. Let's die K. Freezy gibt's Mitte. Hinter dem Mitte. Hätte er gelacht, wenn er der Jumpshot gegeben hätte. Ja, hätt ich auch. Ich hab gedacht, hoffentlich mag er's nicht. Jetzt hat dieser andere Kackvogel sich hochgeblendet, Alter. Mach's mit meiner Arbe, Freezy. Bitte? Ich hab bis jetzt ein A-Bummel gelegt. Ich kann auch eine legen. Wo bist du denn? Da. Geh zu deiner Moller, die ist schon feucht im Bett. Alter. Ne, kurz. Wir haben hier ein. Ich. Aufnahmezeitpunkt 22.35 Uhr. Das Niveau sinkt. Du musst schon lange im Bett sein. Really? Ich hab's in 83 in 1 gegeben. Oh. Dann wieder ne Scout am A. A ist clear. Ey, der hat doch eigentlich der Alu-Car. Nur weil er Scout spielen kann und du nicht. Jetzt hat er ausgelacht. Oh, 76 geb ich ihn. Falls das der Orb in der Mitte geb ich halt einfach nen Hit. Blend. Na aber. Komm, hol' noch die anderen zwei. Links daneben. Den hast du. Den hol' ich mir auch. Ey, ey, kill die. Kill ihn. Ey, du scheiße. Bring mir ne M4 mit, bring mir ne M4 mit. M4 links. Du hast alle fünf Gold, ey. Ich hab ne A's. Du hast ne A's, ja nice. Vielleicht werd ich nachher jetzt noch röser denn, Freezy. Soll ich dir irgendwas kaufen? Ey, ne ne. Ich will an den Trickern voll geboostet werden. Ne. Weißt du, was hast du angemacht? Ich will das auch haben. Ich schick dir nachher nen Link. Gut. Freezy's schick ich ihnen auch noch, dann kann man ihnen die Videobeschreibung packen. Ey, boostet, boostet, boostet. Ja, mach ich. Also okay. Die Hex bekommt man gar nicht mit. Der hat jetzt einen gemacht. Pass auf, rechts, Baschi. Einer Mütter gepusht. Kassier gerade aber auch, nur noch. Ja, mit der Mitte runter, Baschi. Wo die Bombe, wo läuft die Bombe? Boah. Der letzte ist Mitte, da wo die Bombe liegt. Was ist das für mich? Hau rein und da. Wo ist es gegeben? Äh, lass bewegen. Aber schöner Skin, Baschi. Ja. Aber ist abgenutzt. Ja, sei klar. Willst du mir wieder zurückgeben, bitte? Nö. Mein Gott, mein Herz. Ich muss sparen für die Griechen. Let's go. Nein. Ja. Nein. Oh. Ich stand schon auf der Bombe. Sollen wir mal wieder beigehen? Okay. Warum stehst du auf der Bombe, ey? Du bist ja viel zu klein. Oh, da kommt der Gegner, Friesi. Oh. Heaven. Heaven hat anscheinend nichts gefressen. Was? Ja, das war's. Alter. Reggie, verschieb auf B. Du musst dich auch mehrere aufgeben, dass er darum geht. Bei A ist einer, müssen wir fahren. Nehm die Pistole, da bist du genauso schnell. Hinter dir. Sind hinter dir. Ignorieren, lauf weiter. Oh, zwei. Ja klar, zwei. Stefan, weißt du noch? Knowskop zwei hintereinander. Ja. Ja. Ja komm, ne zweite Runde können wir den gönnen. Alucard-Steam-Profil. Das ist bestimmt eigentlich Dalu-Card, umbenannt als Alucard. Äh, elf Spiele und hat 310 Stunden. Ich glaube, er kann einfach nur gut mit der Scout umgehen. Aber er hat dafür noch 0 Kills und jetzt auf einmal 6. Ah. Ja. Ne pro na... Ey, mit ne pro 90 push der Meter. Hohe, hohe. Also 2 Meter. Ja, Ziegen, man, spielt Counter-Strike Global Offensive. Ich hab's Spiel auf Privat gestellt. Ah, da kommt. Door. Door kommt. Nein, da hab ich grad zugemacht. Peggy, geh weg. Door kommt, aber 2. Door bei... Door 2, Leute. Oh, Basti. Ach, ich kann da gar nicht durchschießen. Oh, Basti. Nein, shit. Alter, warum es nicht bekannt, dass ich da nicht durchschießen kann? Der defused, der defused. Boah. Ey, Basti, äh, Basti. Du hast... ...einfach Meter weit drüber geschossen. Du hast nicht dagegen geschossen, du hast einfach Meter weit drüber geschossen. Er hat gedacht, die Kugel trifft ihn trotzdem, wenn er drüber schießt. Nein, der redet grad mit Mio. Naja, ich mein dich ja auch. Ja. 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 Irgendwas hat er mit der Anzeige nicht so ganz gestimmt. Ich war voll auf seinem Kopf drauf, weiss. Ja, weil du gesprayt hast, aber... Der vertippt sich doch extrem. Echt? Aber nur, ich nicht. Willst du? Achso. Ja. Ja, genau. Mitte. Es geht grad gar nichts mehr rein. Genau, Alter. Er hat noch 30 HP, Peggy. Ja. Äh, 70. Verreichelte Wichser. Warum bekomm ich da jetzt keinen Assi? Weil du nicht getroffen hast. Doch klar. Wenn du nicht abziehen bist. Ich hab den 30 gegeben. Entfernt, der mitschau. Ja, genau. Frizi hackt. Und dann. Und dann. Und dann, und dann, und dann. Und dann, und dann, und dann. Kann mir jemand in SG legen? Wie SG? Frizi hat zu viel Geld. Frizi, ab! Was will er damit? Frizi, ab! Frizi, ab! Wie Frizi, ab! Oh, Frizi, die kennen dich. Das sind Fans von dir. Glaube ich nicht. Hey, wir werden da hochnehmen. Vielleicht kennen sie dich sogar da, du. Vielleicht aber auch nicht. Glaube ich nicht. Recker. Diese Wario kratzt mich so an, dieses Dreckskipp. Peggy, geblenden, geblenden. Hallo, 3B. Komm, komm, komm. Hallo, 3B. Jetzt sind nur noch einer B. Seid ihr deutsch? Oh. Der kommt jetzt B hoch, zu K. Links von dir, Peggy. Ist doch einfach auf der Loch. Werden wir überhaupt noch kommt. Jetzt würde ich rennen. Reit um eures Leben. Jetzt werden wir halt immer gemäht. Gerhard. Ecke ist er geworden. Jetzt er kann ich wieder mehr geniehen. Oh, Stern Nr. 2. Alter, Basti blenden sich hier voll hoch, die Bitch. Ich hab zwei Assists. Und elf kills. du hast vier assist aber auch egal ach ich verrutsche immer ja du schaust halt weil ich bin noch ein typ das ist ja heute erst auf russisch geändert wissen wir uns das wieder hochblenden ist das dieser pille mann wer es glaubt ich glaubte es den einfach nicht ganz ehrlich der typ drückt mir die ganze zeit jetzt gibt es bist du basti und ich hab mich erschossen traurig nimm eine brand und wohin damit unter dich du arsch ja ich schmeiße da hin wo die ziel das was 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 du du hast ihn noch angehittet glaub ich für der alu-card ne ich hab ihn gar nicht gekriegt ich geh jetzt nicht mehr weh da steht der blöde alu-card wir drücken immer einen heldi mit seiner scheiße sg äh pedi kannst du mir eine sg drücken nein der pusht mich die ganze zeit mit dir und gibt mir einen scheiße sg 5 5 3 pusht mich mal jemand 5 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 Irgendwann in der Richtung Und da aber auch eine Kahr kam Aber das ist mir alles egal Denn ich hab keine Kämpfler Alucard hab ich 61 gedrückt Ey komm, bitte auf der Abstand 27 Ruhe, Ruhe, Ruhe Links Ja, Ruhe, 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 Ruhe Wo war einer da? Was war das denn? Die wollten halt den Stern oder so? Das war Faschokard Frizi möchte hier Was denn? Ah, wir tauschen Wir tauschen, Frizi Ach so, ja, hier So kommt man auch zu Kills, ne Basti Das ist übrig bleiben und dann Dann kommt's alle hier Faschokard Malta Ey Acht, bitte zwei, ja Na, Ruhe, bitte Vorsicht, ich bin da Nein, Klau, was machst du? Ich hab nur noch 16 HP Der Boden ist aber nicht so schön wie der Kopf von der Gegner Ja Das ist sehr heiß dort Nein Nein Hallo Wo? Vorne Bitte Wo Ben? Lass ihn kommen Ja, jetzt soll ich aber mal rennen Ich bin eigentlich davon ausgegangen, der würde defusen Weil das der Schön Schön Oh, Fasti Du bist gleich Silber 5, wenn ich mit dir umfahre Ich würd gern A gehen, wenn's okay ist Ich geh A Ich geh B Äh, dann muss ich Ich geh mehr Na, wie viel gehen B und wie viel A hat Einer muss Mitte, oder? Ich seh Ist gar nichts vor hier Dann komm, dann geh ich Mitte Dann geh du B Gewinn mal E Nein Nein Nicht so optimistisch, Alter Nicht so Siegersicherung Mitte, oah Und drückt mir direkt den Headdy Kann ja gar nicht sein Warte, bleib stehen Mitte, rechts, linke Seite bei dir Kommt jetzt rum, kommt rum Der ist rum, der ist rum Ey Faisal Die kommen A Die kommen A, 2A Wo waren die? Quickie Die Bombe wird geblendet A Alucard hat ein Bot Äh, nur so 10 Pro Weiter Du darfst, wenn du nachlädst Ich auch Tackle, ne? Der kam mit und hat mir direkt eingedrückt Dann geh ich jetzt Mitte mit der Diegel Du willst Mitte? Mit dem Igel? Diegel? Welche Position warst du? Äh A Let's go Basti mit seiner Move-Waffe hier Da ist meine Waffe A A-Wend geht auf Äh B-Wend geht auf Bombe da in Mitte, aber gleich nicht mehr da Ja genau, du triffst dich und runde nach dich dran und gehst nicht mehr Noch einer Mitte Bei mir da einer Mitte Einer ist A Bei mir da einer Mitte Einer ist A Da haben längst die Boxes Haltet sie einfach von der Bombe A ist einer Mann, die gehen jetzt voll ab Der Risotto gibt mir die ganze Zeit Bei mir kaufen MPs Echer? Ja, MPs Pistol Rye ist immer noch da Und ich bin kein Leser Wie viel Euro muss ich wetten, dass ihr down geht? 1 Euro Ah, die kommen zu dritten B Oh mein, das gibt's ja nicht 4,5, die machen's Dreck 5 B Einer hat einen Mainoff geschossen Wend ging zweimal auf Wend ging zweimal auf Wend 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 Die fliegen in die Luft, die fliegen in die Luft Die haben Alpen gebraucht Jetzt nochmal Only Pistol Ja, wir hätten jetzt Full-Buy machen sollen Ja Wir checken euch denen schon wieder ne Runde Gut drauf an Wieder mit Mitte Dieser Trickswechse hat mich getäuscht Äh, getäuscht Ja, was geben die denn jetzt auf einmal so krass Ja Das war, was Rashi gesagt hat Ja, das gewinnen wir jetzt eh locker Er hat gemeint er müsste schon In der zweiten Runde MP spien Du Ja, aber Tricks Das hätten wir nicht machen sollen Ja, aber jetzt Vielleicht sollten wir auch Dev auf dem Spot bleiben Ja Können alle Full-Buy ja 35 уш었던 Mitte ist ein Human-Bele outh SPLâu SPL SPL Kann nicht sein, ey 2B Äh der eine hat noch 60 HP mit der Basic Das ist der Raum, sind sie? Mitte, Mitte Es geht nicht Bleib in ner Ecke stehen Stefan Halt die Schnauze Planted Er ist links weggegangen Ecke links, links in Ecke Junge, was war das denn? Was war? Sack Ah Junge Was war das? Geh Junge Er hatte die Schnauze Komplett Er hatte die Schnauze waren nicht real Aber das waren die Schnauze In Venture nicht Ich hab die beiden im Wind Beiden Flickshot gegeben Mit der ist nichts Mit der ist nichts Oh doch mit der ist was Ich hab's doof Bill Peggy Ich hab's doof Bill Peggy Weil wenn was Bill kommt Jaaaa Mitte Genau Was? Wend auch Links und rechts Die haben Mitte unten Da hinten war nicht Für mich Jump Nights Besichtung mit Headshot Die ist nicht mehr normal jetzt Jaaaa Dieser Rizzo, der war die ganze Zeit letzter Jetzt ist er erster Geht mal wer von mich auf B Geht mal wer von mich auf B Ok dann geht's auf B Wir kommen halt immer in der Mitte durch Das ist VB Warten Deiner Mitte Bumplem ist Basti, wieso bist du nicht dein VATF stehen geflogen? Defensiv bin der Mitte gestanden Das ist der Bot Ich hab ja auch ne Stich gemacht Bombe down Mitte Einer der letztes auf Abel Miljau Nein scheißern Live bei der Bombe Ja Keine Ahnung wo er steht Irgendwo hinten Schön ist die Arme Ich hab einfach nen 3K mit Deagle auf B gemacht Bekomm ich die Arme in der Mitte Will ihr machen SD? Ne, danke mir Ihr macht ne SD? Ich kann mit der Wache nicht spielen Ja komm geht her Es gibt ja SD Ich bin noch off auf B Soll ich wieder B gehen? Kannst du machen Hier kommt Flash auf B Einer durchgejumpft hat off Einer ist schon durch Ist B ok Nein ist noch nicht B Doch Das ist safe Komisch Ich hab mehr Oh mann Durch die Wand push Ose ich bin das Ok Alter Ich krieg Panics Der Bergzieger fragt ob wir danach noch Schön Da ist ein Bergzieger Marcel Deine Mom Echt er nennt sich jetzt Bergzieger So komm nur noch eine Runde Kann mir jemand was legen? Ja Was dann? M4 Was weiß ich irgendwas was du abgeben kannst Dankeschön Ich hab mir ne AK gesnackt Go 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 Ich hab immer noch die Orp Komm halt jetzt nicht warf bis seitdem ich Wappen hab Ich hab den mit Orp hit gegeben Mitte kommt nichts Funktioniert denn das crazy Keine Ahnung Moment mal ein Tutorial Das wird dann mehr Starsack Nein auf A ist noch einer Und ein Ding auch drin hier In der Dör Tür Hinterm Gabelstamm Oh Noch einer drin Down Vent hab ich Alter das ja nicht stirb Ich bin aufgestiegen Gold Nova 1 Ich bin immer noch Symbol 4 Ich bin immer noch Symbol 4 Alles klar Leute Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Schaut bei den anderen vorbei Ich weiß nicht Hat einer von euch YouTube-Kanal? Nein Okay Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder Tschüss Tschüss